Hitlers Adlerhorst Das Restaurant auf der Spitze des Kehlsteins ist eine einzige Baustelle. Die Fenster sind mit Abdeckfolie verklebt. Überall liegen Kabel rum. Elektriker bohren Löcher durch die Wände. Anstreicher hängen mit Leitern unter der Decke. Mittendrin auf umgedrehten Malereimern Evi. Wie sie an einem Wasserkocher hantiert, nehmen sich eine Konditortüte. Jovis Morgenstern lehnt am Kamin des Führers und qualmt. Die Asche seiner Memphis-Zigarre von Austria Tabak AG brüsselt auf dem Marmorsims ein Geschenk des italienischen Duce, dessen Leiche Antifaschisten am Ende des Zweiten Weltkriegs an den Füßen aufhängten. Max versagen die Knie. Ein herzliches Salvos. Gelungener Aufstieg. Sportlich, sportlich, der junge Herr. Ja? Gnädige Frau, hätten's vielleicht eine Sachertorte für unseren Athleten. Biet schön und dazu eine Wiener Melange. Wissen's, das Wetter macht uns doch arg zu schaffen. Sagen's nichts. Ich weiß, auch ich muss mich stehlen. Zehn Pfund sind schon herunter. Wenn ich mich umschaue, ich meine nicht Sie, dann weiß ich, wer sich das Bauchfett angekiefelt hat. Gestatten's das Bonmot, Herr Max? Ja, du mich auch. Wer wird denn gleich geranteln? Wissen's, wir haben uns herausgenommen, ihre eizende Verlobte mit dem Elektrosusche führen. Kleines Präsent der österreichischen Familien Porsche und Pirch. Ein paar Worte am Rande des Wiener Openballs. Und was soll ich Ihnen sagen, drei Tage später stand der Wagen vor der Tür. Die Herren Monteure waren so freundlich, uns die Schranken zu öffnen. Wahrhaft akrobatisch, ihre Einlage am Berg, Herr Max. Wollten's nicht stören bei der Akrobatik. Sind ganz leis vorbeigefahren. Meine Wenigkeit und das von Herrn Evi und der liebe Svaro. Der ist im Moment hier oben bewundert. Draußen auf der Balustrade die Rundansicht. Unser Hofkapellmeister Wolfgang Amadeus, Gott habe ihn selig, wäre begeistert. Vom Fernblick ins schöne Salzburger Land. Negativ. Beschleunigung in fünf Sekunden auf 100, echt schlapp. Höchstgeschwindigkeit 160 Stundenkilometer ebenfalls. Aber Schnellladegeschwindigkeit von 160 Kilometern pro Stunde ist heftig. Daten habe ich im Autoquartett. Will die Kiste Offroad testen. Mit Rock me Amadeus wie beim Kampfeinsatz in... Ah, das war Falko, unser Schlagesänger, Herr Kriegsinvalid. Wieso Invalid? Ja, meins. Wir hätten sie sonst aufgenommen in die Wellnessfortbildung für Frontheimkehrer. Ja, wo denken's hin? Ne solche, wo sonst ein bisschen läderert. Verzeihens, den Autokrüppel. Wäre noch unschöner. Max knirscht mit den Backenzähnen und geht auf den voluminösen Österreicher zu. Evi will sich dazwischenstellen, kommt bloß nicht vom Maler einmal hoch. Hektisch kramt sie im Kuchenbeutel. Sehr verehrter Herr Magister, Joachim Sock, ökonomisch, Joves Morgenstern, dürften's auch Zimtsterne sein? Unser Angebot ist momentan auf Thermomix-Kreationen beschränkt. Bedauerlicherweise die Wiener Melange, das wären Espresso und warme Milch zu gleichen Teilen im vorgewärmten Tassen. Milchschaum und obendrein eine kleine Tupfe Kakaopowel mit Zucker und Honig in großem Glas. Da wäre ich etwas schwierig, aber Tassen hätte ich. Es könnte auch herrvoll sein, wenn's nichts hilft. So schadet's auch nichts. So gehe ich ganz d'accord, Herr Professor. Empfehle Kaffeemix nach Artes Haus mit 51% Bohnenkaffee und 49% Getreide und Hülsen plus ein Schuss Sicurie zur Abrundung. Honeckers Mischung genannt. Eine originale Rezeptur des ersten Sekretärs- und Staatsratsvorsitzenden der sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Gott habe ihn selig. Der Magister der Juripudenz, Soziologie und Ökonomie aus Wien beäugt misstrauisch die Ansammlung von Plastikbechern auf den beklecksten Eimerdeckeln. Es schaut interessant aus, gnädigste jedoch. Originalostprodukt aus Uomins DDR-Beständen. Ich gebe Ihnen mal ein paar Löffel in die Tasse. Vorsicht heißes Wasser, nicht umruhen. Warten Sie, bis das Pulver sich setzt. Spart den Filter. Zucker hier im Marmorglass. Der Schraubverstoß klemmt daher die Ameisen. Keine Sorge, die ertrinken, wenn man sie reinlöffelt. Dazu ein Zimtstern, eine ganz saubere Papiersalbete und Besteck von VEB-Werkzeugkombinat Schmalkalden. Elegant, nicht wahr? Ach übrigens, ehe ich es vergesse, bekommen eigentlich alle Kurzzeitnehmer so einen hochmodernen Elektrobus? Eintrittskarte Hochseilbahn, in dem man sich mit, wie heißt es doch so schön, erweiterten Suizid vergnügt? Sind am Dauer doch etwas anstrengend für Damen in Vorerwartung. Nicht, dass es demnächst bei mir zu einer Frühgeburt kommt. Ihre Kompetenzen allen Ehren, aber können Sie sich als Geburtshelfer vorstellen, mit beiden Arten voll rein in den schleimigen Mutterleib, das Ungeborene so drehen, dass ihm nicht die Nabelschnur den Hals abwirkt und dann noch das ganze Fruchtwasser, gar nicht zu reden, vom Bluten der Scheiße natürlich noch Pisse, die unten raus schiebt, wenn Frau als Mutter in Spiel kräftig am Drücken ist? Ich wusste mir heute Morgen nach dem Vorfall, Sie haben sicher davon in den Nachrichten gehört, mein Näschen pudern. Sie verstehen, wir Frauen sind etwas eitel, dies entschuldigt natürlich nicht im geringsten unsere Verspätung, aber sie erklärt es zumindest, dass mein Held, der im Schweiße seines Angesichts hier vor Ihnen steht, mir in wahrhaft grandiosen Einsatz am Fuß zu der Präschule das Leben gerettet hat, darf nicht unerwähnt bleiben. Die feine Dame spielen, das Näschen in die Höhe recken, den Junkern mit spitzen Worten kräftig eins aufs Maul geben. Das hat Evi von ihrer Ur-Umi gelernt. Die war bis Frühjahr 1945, als sie vor den Russen flüchteten, Dienstmarkt auf einem pommerschen Landgut, hatte sich so einiges bei ihren hohen Herrschaften abgeguckt. Geistesabwesen starrt der kompulente Österreicher, abgespeckt von dreifach auf Doppelkinn auf den Afghanistan-Veteranen. Ja, ja, die Handysfotos ihres nackten Adonis auf Twitter und Facebook, die sind wirklich nicht zu übersehen. Maxens Ohren nehmen schlagartig die gleiche Rötung an wie sein verbrannter Rücken. Morgenstern senkt seinen Blick auf die Ameisen, die während Evis Vortrag eine Straße gebaut haben, von der Zuckerdose über den Zimtkeks, der in der brütenden Hipze des Tages leicht matschig geworden ist, bis zum Kaffeemix-Plastikbecher. Etwas unschön, das Ganze. Nicht, dass sie mich missverstehen, wird es vollern. Wissen Sie, das bezieht sich nicht auf ihre lobenswerte Kaffee aus Bewirtung. Er stochert mit dem Original-Ost-Alu-Löffel drin rum. Ich schweife ab. Wo waren wir gleich stehgeblieben? Dass sie nicht umrühren wegen der Kaffeekrüme. Soll das ertadelt sein? Keineswegs, Herr Professor. Was den Bus betrifft, ein ordentliches Ostprodukt wäre uns natürlich lieber. Siehst du das nicht auch so, Max? Na, positiv. Laut Autokquartett soll der Elektro-Bar-Kass auch nicht so schlecht sein. 1975 in Karl-Marc-Stadt gebaut oder der Trabant-Entim mit Lithium-Ionen-Batterie und Solardach 2007 als New Trabi vorgestellt. Herr Morgenstern, wir können das Seilbahn-Unglick natürlich auch an die Bild-Sendung verkaufen, exklusiv mit Aktfotos vom Maxien. Der ist ein Internet-Star, wie Sie wissen. Die Presse wird ganz wild auf ihn sein. Morgenstern schüttelt seine Schwabbelbacken. Was das Klein-Klein der Umstände betrifft, wieso und weshalb man sie zum Lehrgang einlud, fragens nachher Bitschen in Swargo. Na, Dankeschön. Jetzt auch noch beim Europol-Kommissar betteln. Der Österreicher nickt. Er scheint einen Geschluss gefasst zu haben. Beschwingt rührt er im Heißgetränk und wirbelt das Pulver durcheinander, das sich auf dem Boden der Plastiktasse abgesetzt hatte, nimmt einen kräftigen Schluck, hebt sein Haupt und lächelt breit. Kaffeekrümel verzieren sein Gebiss. Protektion ist alles. Sie haben da Sagen's nichts, Gnädigste. Der Elektro-Prototyp sei mein bescheidener Beitrag, um Sie und Ihren Gatten in Spee zu motivieren. Vorausgesetzt, Sie leisten den Ihrigen im Rahmen als Spezialauftrags. Ach ja, letzten Winter das Praktikum beim Dresdner Planetenfest fing alles ganz armlos an. Tagespraktikum und Freikarte für den Abend. Efi schaut zum Max und der, vollkommen ausgehungert, fischte sich den fünften und letzten Zimtschern aus der Backtüt und Bröt los. Verdammte Scheiße! Diese Serienmorde beim Planetenfest! Efi ist fast draufgegangen! Wir fahren zurück! Auf den ID-Bars scheißen wir! Morgenstern greift zu einer Papierserviette. Es dauert ein wenig, bis er alle Kaffee-Krümel aus dem Gebiss raus hat. Herrschaften, wenn's sich bitteschön nicht zu es erfüllen würden. Hatten's sich wacher geschlagen beim Einsatz letzten Winter? Sands erbisser wie Bonnie und Clyde im Wilden Osten, meint der gute Svaro. Ach, Bonnie und Clyde, cooler Film. Mexien, die haben Banken ausgeraubt, wurden von den Cops mit Maschinen, wie er gesalben durchlöchert. Aber Frentifyer kann passieren. Swarushi Squarrestack hat es eingebaut. Komm raus auf den Balkonmarkt, den knöpfen wir uns vor. Den knöpfen wir uns vor.